Wir laden Sie auf den Konsumenten ein und wir haben hier die höhenverstellbare Küche, die höhenverstellbare Küche und haben außerdem zu Gast Heimat auf dem Teller mit Hansi Heberlein und die Wirte mit Werden mit Stefan Dokutner. Was macht ihr auf der Messe? Wir verarbeiten tolle frische Lebensmittel von unseren händischen Damen zum Beispiel. Das wird bestimmt ganz spannend. Heimat auf dem Teller an jedem Tag jeweils um 15 Uhr. Wirte mit Werden um 12 Uhr. Bei unserer Umsetzung ist auch die Empathie, dass wir gemeinsam mit Heimat auf dem Teller diese Produkte hier verarbeiten und wir wollen sie so verarbeiten, dass das für den Zuschauer einfach nachzuprobieren ist. Und das wird auf jeden Fall eine schöne Zeit gemeinsam auf dem Bus geben. Und der Sonntag ist dann natürlich der hohe Punkt mit Hansi Heberlein vom Alten Schloss in Kleehoff. Juh! Tres zu gra! Tres zu gra!